Das ist der Kersten. Wir wollten uns kurz ans Wasser setzen und ihr seht, das Leben kommt wieder zurück. Wo seid ihr denn gerade? Wir sind, warte mal, ich zeige euch das mal. Peace of the Farmario. Wir sind hier schön. Das ist die Spree eigentlich, ne? Was ist die Spree? Landwerker, ja. Check den jetzt. Ich habe eine Wurzelspitzenresektion gehabt. Mario kennt das Ganze. Wir chillen hier so ein bisschen an der Sonne. Hier kannst du mit dem Boot rausgehen. Und hier ist der One and Only Maricela. Ja. Er ist nur am Lachen, aber ihm geht es gut. Das ist ja super, das ist voll und so. Okay, warte mal, ich glaube, er hat es geschafft, oder? Ich sage, er hat es geschafft, oder? Okay, Leute, ey, ihr checkt jetzt ab. Ich glaube, sie steigt rein, aber ich bin gespannt. Und er hat jetzt wirklich, hat er sie angewesprochen, ob sie einsteigen will. Wir sehen jetzt gleich, wie es hier weitergeht. Alter, Lef, Leber, das Dicker, das... Oh shit, alter! Ey, hat er gerade einfach die Dame gefragt, willst du mit mit dem Boot fahren? Sie so, ja. Springt rein. Sender, ist noch auf Sendung richtig? Ey, sie haben sich jetzt vorgestellt, Dicker. Das ging sehr schnell, Alter. Da ist halt Party. Die hängen dann hinten dran. Hier geht halt Party, Alter. Da geht halt Party. Na klar. Wir sitzen auch im Schatten, aber... Wir waren gestern im Zoo, und da tatsächlich, ich hatte es vor ein paar Stunden rumlaufen, so ein Brand to the fullest. Hier ist wieder Leben, Dicker. Das Wetter ist gut. Wir haben es vorhin gerade gesagt. Sommer in Berlin, man muss nirgends anderes hin. Hier ist so alles, everything. Leute, guckt euch mal das an. Das war so ein Stück lang. Aber jetzt sind wir mit drin, Schatz, so dabei. Ich sag mal, so hat das Ding Tüftu. Ich sag mal, hat der Kahn hier Tüftu? Machst du einen Showbruch? Geht weiter. Geht weiter. Geht weiter. Ich sag mal so, Leute. Das Leben ist zurück. Wir wollen spielen. Ja, Mann, wir spielen. Guck mal, das Ding wäre mir auch dann ein bisschen zu klein. Also Fischmann 200, Leute, ist für zwei Personen dann auch nicht empfehlenswert, Dicker. Also der Fischmann 200. 400, der muss schon drin sein. Ja, ich glaube, bei Fischmann muss es am mindesten der 400 sein. Unser Slogan für heute. United, we care. Neue Runde, neues Glück. Gewinne, gewinne, gewinne. Peter, was geht ab? Oh shit, Alter. Der Kuhle Pet raided mit 153 Leuten. Vielen, vielen Dank, Peter. Schöne Grüße an die ganze Pet Squad, an die Propeller Head Squad. Und Flamingo. Gibt's auch in Berlin Flamingos. Ah, ist schon gechillt allein. Ich bin heute das erste Mal wieder raus. Wir waren mit dem Roller unterwegs. Ich hätte gar nicht gedacht, dass so viele Leute hier draußen sind. Kann einer den Titanic Song abspielen? Das finde ich gerade ein bisschen traurig. Mann, das arme Böllchen. Es sind doch kein Ende hier, die Parader. Mario, hättest du Bock aus Berlin raus und eher dörflich? Ab und zu schön, Alter. Ja? Ja, man hat auch mit dem Reiter zu tun. Irgendwann brauchen wir noch die Uhr auf jeden Fall. Ich genieße es, wenn ich so mal ein Wochenende oder mal eine Zeit lang weg bin. Aber dann irgendwann, ja... Aber ich glaube auch... Ist so, ne? Guck mal, die Möglichkeit, einfach rauszugehen, so wie jetzt. Ey, ganz ehrlich, du gehst raus. Wenn du unter Leute willst, ist überall Action. Aber klar, ich glaube auch, dass der Mensch schon immer Richtung Natur muss. Wir sind am Landwehrkanal in Adi Berlin. Landwehrkanal. Nein, auf jeden Fall. Aber wir sind jetzt auch wieder auf dem Rückweg zu den Rollern. Wir haben nach vorne die Rollers geparkt. Und da fahren wir schön was essen. Und dann... Kurz mal einfach drüber nachdenken. Und zacken lassen, Leute. Einfach lieb sein. Mensch sein. Wichtig. Ganz wichtig, Leute. Einfach Mensch sein. Word. Weil ich boxe natürlich jetzt den Stream aus. aber dann fahren wir natürlich weiter vielen vielen dank an alle die am start waren in diesem sinne seid lieb bleibt gesund bis bald